Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen. Nun ist es passiert, ich habe mir das Spiel Modern Warfare doch noch geholt. Will kurz erklären warum, nachdem ich im vorherigen Video zu Modern Warfare großspurig gesagt habe, dass ich es mir nicht holen werde, höchstens wenn es 30 Euro kostet. Die Sache ist die, ich habe jetzt 20 Euro gespart im Vergleich zu PS4 Spielern, was ich ja auch vorher nicht wusste, dass ihr als PS4 Spieler 10 Euro generell mehr bezahlt als PC Spieler. Hätte ich allerdings gewusst, dass es ein paar Tage später nach dem Black Friday noch mal 10 Euro günstiger ist, hätte ich die paar Tage noch gewartet und hätte es mir dann für 39,99 Euro geholt. Ja, was soll ich sagen, es macht halt extrem viel Spaß und für meine Verhältnisse habe ich auch schon wieder ordentlich reingesuchtet, wahrscheinlich viel zu viel sozusagen. Die Waffen, es macht Spaß die Waffen zu leveln, es macht Spaß mit den Waffen zu schießen. Es gibt den Battle Pass, den ich mir übrigens auch schon geholt habe, ich stehe auf so einen Scheiß, man hat immer was zu tun. Es ging ja auch nie darum, dass das Spiel keinen Spaß macht oder so. Es ging einzig und allein um den Umgang von Activision mit der Spieler-Community, also mit uns. Scheinbar habe ich da etwas überreagiert, falls das nochmal passiert und ich nochmal so ein Video reinstelle, schreibt mir in den Kommentaren, ey alter, krieg dich mal wieder ein, so schlimm ist das nicht. Ja, also wie gesagt, soll das nochmal passieren, lasst mir bitte einen Kommentar da, sagt, ey so schlimm ist es nicht, du liegst völlig falsch, du siehst das gerade momentan komplett falsch und du überreagierst hier. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kurzes Dankeschön an ApexRu, Andreas und Uwe für ihre Kommentare. Ja Leute, das war es von mir zu diesem Thema, ich habe mich gehört, ich stehe dazu, ich gebe den Fehler auch zu. Soll das nochmal passieren, bringt mich bitte lieber auf Kurs. Ansonsten war es das von mir jetzt in diesem Sinne, ja bis zum nächsten Mal, haut rein und jetzt muss ich mich erstmal rassieren, menschenschein, verdammte Scheiße, ich sehe aus. Okay, die Stellung wird prägt. Der Pfeil hat die Stellung erobert. Wir sind in die Gruppe, macht euch bereit. Der Pfeil hat die Stellung übernommen. Pfeil. 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 Das war's für heute. Get out of here.